Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer Vorlesung zur Frage nach dem Bösen bei Schelling. Und zwar werde ich mich hauptsächlich auf seinen Aufsatz über das Wesen der menschlichen Freiheit beziehen. Ich habe einige Notizen, kann natürlich nicht eingehen, wirklich auf sein Sammendenken der Freiheit und der Notwendigkeit. Das hat hier keinen Platz, glaube ich, sondern wir fokussieren mich hier auf dieses Herzstück allerdings der Frage nach der Freiheit, die für Schelling zutiefst verbunden ist mit der Freiheit zum Bösen. Also Schelling versucht tatsächlich, das Böse zu denken, nicht als Mangel oder als Privativum, wie es sowohl von Augustinus gedacht wird oder von Leibniz zum Beispiel als Malum Metaphysikum, sondern tatsächlich das Böse, wenn auch nicht an sich, sondern als Möglichkeit zu denken und wie diese Möglichkeit sich dann in der Wirklichkeit ausspielt. Es muss aber tatsächlich die Möglichkeit des Bösen gegeben sein für Schelling, um in die Freiheit zu kommen, um überhaupt frei zu sein. Vielleicht ganz kurz zu Schellings Philosophie generell, die hier vorherrscht. Er nennt das den Realidealismus. Das ist eine Gegensatzphilosophie, wobei das Reale, das Dunkle, Wirre und der Wille ohne Verstand sei und das Ideelle ist das Helle, das Wahre Seinde. Die sind aber immer aufeinander bezogen, das ist kein Dualismus, sondern die sind in einer Einheit. Das Reale kann nicht sein, das Reale ist das Lebensspendende für das Ideale und das Ideale ist das Formgebende für das Reale, wenn man das so etwas vereinfacht sagen will. Es ist auch wichtig, dass das Reale damit kein Mangel ist und auch wieder nicht schlicht vom Hellen entfernt als ein Letztes und damit nichts mehr zu tun hat, sondern tatsächlich auch aus der Natur Gottes herrührend ist für Schelling, wie er sagt. Und dieses Dunkle kann jederzeit hervorbrechen. Der Abgrund der Welt kann sich stets auftun genau aus diesem Grund. Die reale Freiheit, also nicht die rein formal ideale Freiheit, die reale Freiheit benötigt die Möglichkeit des Bösen, sagt Schelling. Es ist die Trennung der beiden Prinzipien. Es gibt das Prinzip der Finsternis und das Prinzip des Lichts oder der Helligkeit. Diese beiden, die sind in Gott und die Trennung ist hier unmöglich. Und zwar moralisch gesprochen. Das heißt, bei Gott ist eine Einheit, obwohl Gott natürlich nicht böse ist. Wir kommen dazu später. Im Menschen sind aber diese Prinzipien durchaus zertrennlich und zwar in der Möglichkeit. Und dies, noch einmal, ist die Möglichkeit des Guten und des Bösen, beziehungsweise die Möglichkeit, dass das Böse erhoben wird, über das Gute, du müsstest endlich genauer sagen, das Böse entsteht oder entsteht, wenn das Finstere, die Finsternis, das Finstere Prinzip sich über das Gute, über die Helligkeit erhebt. So, noch einmal, wir sind hier wirklich nur mit der Möglichkeit des Bösen erst einmal zu Gange. Wir gehen noch nicht darauf hin, wie sich das Böse dann auswirkt. Wie ist denn die Zertrennlichkeit der beiden Prinzipien im Menschen möglich? Und sie ist auch notwendig, weil gerade in dieser Zertrennlichkeit, die in der Geistigkeit und der Selbstheit des Menschen vonstatten geht, da ist der Mensch einerseits wieder ganz nahe bei Gott, aber andererseits auch wieder von ihm getrennt, weil gerade diese Zwietracht zwischen den beiden sich in Gott nicht ausspielt. Vielleicht noch einmal ganz kurz auf Möglichkeit und Wirklichkeit hier eingehen. Das heißt, das Böse, wie wir es jetzt besprechen, wir gehen nachher auf die Wirklichkeit, das Böse in seiner metaphysischen Möglichkeit in Bezug auf die Freiheit, die aber zugleich real wird, dann später durch die metaphysisch reale Möglichkeit des Bösen. Um die Wirkung des Bösen aber kann es hier noch nicht gehen. Das ist also auch kein Manum Metaphysikum. Wir schauen uns nicht an, wir betrachten das hier nicht als einen Mangel, sondern als Möglichkeit für sich. Der Mensch ist geschieden von Gott und die Selbstheit im Menschen ist es, was den Menschen von Gott scheidet, die aber zwar aus der Natur schöpft, aber durch die Natur, über die Natur hinausgeht und völlig von der Natur befreit auch, beziehungsweise vom Universalwillen befreit ist, der in der Natur herrscht. Der Mensch ist also von der Natur befreit, geht über sie hinaus in seiner Selbstheit und auch in seiner Geistigkeit, die ihn wiederum aber auch mit Gott in Verbindung bringt. Das nennt Schelling hier Persönlichkeit, da werde ich nicht darauf weiter eingehen. Die Selbstheit ist Geist und daher frei von den Prinzipien des Lichts und der Finsternis. Der Geist selbst ist frei, entscheidet aber über das Spiel zwischen den beiden. Denn der Geist ist noch über dem Licht sogar und erhebt sich auch über die Natur. Darin die beiden Prinzipien in Einheit sind. In Einheit, insofern, dass hier das Finstere und das Helle zusammengehen, in Eintracht sind, weil die Natur sich natürlich eben nicht entscheiden muss und keine Freiheit vorherrscht. Dadurch, dass der Geist über die Natur hinaus schwingt und über sie hinaus strebt, ist er aber in dieser überzeitlichen Freiheit der Natur entbunden und auch der Zwänge der Natur entbunden und damit frei in der Möglichkeit zu wählen, welches Prinzip Überhand gewinnt und damit auch die Frage, ob der gute Wille und die Ordnung oder das Chaos obsiegen. Es herrscht im Menschen also eine Freiheit zum Bösen. Das Dunkle kann über das Licht erhoben werden. In Gott ist dies, wie vorhin schon einmal erwähnt, moralisch nicht möglich. Zwar sind in Gott Licht und Dunkel auch verschieden, aber sodass das Dunkle dem Licht unterworfen sei und auch als solches bleibt. Das heißt, rein moralisch ist es nicht möglich, dass hier eine Zwietracht entsteht bei Gott. Gott selbst ist nicht frei vom Dunklen. Er muss es in sich auch mittragen, weil Licht nicht ohne Dunkles sein kann und andersherum. Aber Gott ist nicht fähig für das Böse. Das heißt, man muss auch vielleicht klar sagen, dass hier die Freiheit fehlt, wenn ich so weit gehen kann. Nur das freie Wesen, das ist der Mensch, ist frei, die Prinzipien zu verdrehen und damit das Böse zu erheben. Das ist noch einmal aber die Frage, wie zertrennen sich denn diese beiden Prinzipien im Menschen? Indem der Eigenwille des Menschen sich vom Universalwillen abtrennt und seine Partikularität durchdrücken will. Es ist bei Schelling, glaube ich, sehr etwas lässig ausgedrückt, weil er einerseits sagt, dass der Mensch über den universalen Willen, der in der Natur vorherrscht, über diesen hinübersteigt. Aber ein paar Seiten später nur erwähnt er den universalen Willen, von dem sich der Eigenwille des Menschen abspaltet. Ich glaube aber, dass dieser universalen Wille hier ein anderer ist, nämlich der Wille, der auch in Gott vorherrscht und der sich schon der Helligkeit verschrieben hat und damit dem Prinzip des Lichts als dem führenden Prinzip eine Universalität des Guten und der heiligen Ordnung ermöglicht. Ich glaube, dass es darum geht, dass hier eben der Eigenwille sich in seiner Partikularität dem universalen guten Willen entgegensetzt und trotz seiner Partikularität sich selbst absolut macht und zu einem allgemeinen Willen aufschwingt. Und genau hier geschieht dann in der Möglichkeit die Trennung von Licht beziehungsweise die Erhebung des Finsteren über das Lichte, über das Helle. Der Eigenwille, haben wir auch in Deutschland das Wort eigensinnig oder im Griechischen der Idiot ist der Idiot. Der Eigenwille aber ist an sich oder per se natürlich nichts Schlechtes. Durch seine Erhebung allerdings über sich und seinen Grund über das Zentrum hinaus. Schelling spricht hier von Centri oder Centro. Und hier entsteht das Böse. Also wenn der Eigenwille sich als Partikulärer absolut setzt und über das Zentrum zerstört, diesen Zentrum, wenn wir so wollen, die Mitte, in der sich die verschiedenen Willen, diese Kräfte, das Band der Kräfte sich einfach dann nicht durchtrennt, aber, so wie es scheint, einen Willen hervorbringt, der nur noch auf die eigene Partikularität schaut. Und es geschieht aber alles, wie gesagt, immer noch in der Möglichkeit. Das heißt, hier ist der Mensch frei. In der Wirklichkeit sieht es dann anders aus. In der Möglichkeit geschieht dieses im freien Wählen, so dass das Prinzip der Finsternis über die Helligkeit hinübersteigt. So, insofern nun der Wille eben aus der Übernatürlichkeit heraustritt, nämlich indem er sich in seiner Partikularität absolut setzt und zugleich kreatürlich macht, also sich auf die Lüste und Begierden reduzieren lässt. Es geschieht eigentlich mehr in der Wirklichkeit, also kommen wir mehr, aber es wird auch schon hier von Schelling erwähnt. Also dieser Eigenwille strebt nach der Umkehr der Prinzipien, muss die Finsternis erheben als leitendes Prinzip. Also das dunkle Wollende, aber, das lese ich hinein, dann eben ohne den Verstand. Obwohl er gleichzeitig, jetzt werden wir auch gleich sehen, auch das freilässt. Also zumindest macht sich hier der Wille, der Eigenwille jetzt angreifbar für Sucht und Lust und das heißt auch für Krankheit. Das Resultat, und hier springt Schelling ein bisschen nach vorne im Text, ist ein eigensinniges und wie er sagt, absonderliches Leben. Aber noch einmal, das Böse soll kein Mangel sein, kein Privativum, kein Malum Metaphysikum, sondern es bleibt immer noch bezogen auf das Band der Kräfte, der Grund der Natur nach Schelling. Also es schöpft nach wie vor aus dem Vollen, wenn wir so sagen wollen. Der Eigenwille, der hinfortstrebt vom Universalwillen, wirft das heilige Maß allerdings und die Ordnung Gottes durcheinander. Das Band der Kräfte der Natur wird nicht durchschnitten. Denn die Natur ist ja als das Reale, das Dunkle, das Wirre. Natürlich kann sie nicht für sich alleine bleiben, dann ist auch kein Leben, das muss auch mit dem Idealen, mit dem Wahrhaft Seinen zusammengehen. Allerdings sehen wir auch schon, was hier passieren kann, nämlich dass sich der Schein einschleicht. Der Wille des Menschen ist ein Band von lebendigen Kräften. Und diese lebendigen Kräfte, sobald die Prinzipien verdreht sind, strebt das natürlich dann in der Auswirkung in die Sucht, in die Lüste, in die Begierden. Sich über den Universalwillen hinweg zu setzen, heißt die Einheit zwischen dem lebendigen Gegensatz von Universalwille und Eigenwille zu durchbrechen oder durchbrechen zu wollen, weil der Eigenwille ja dann nicht mehr auf den Universalwillen bezogen bleibt oder bezogen bleiben will, sondern sich selbst zu einem solchen partikularen Universalwillen macht, beziehungsweise machen will. Das ist eine Verdrehung. Das sagt Schelling so nicht, aber ich glaube, Verdrehung ist ganz gut. Das sagt dann auch das Diabolische, also dieses Durcheinanderwerfen des Teufels, schwingt dann natürlich mit rein. Und so entsteht, wie Schelling sagt, in der Wirklichkeit ein falsches Leben, eine Lüge. Und Zitat Schelling, ein Gewächs der Unruhe und Verderbnis. Der Begriff des Bösen ist dann, dass das Böse beruht auf der Verdrehung der beiden Prinzipien in der Möglichkeit und dazu ist der Mensch frei. Er ist also nicht ein mangelhaftes, endliches Wesen und aufgrund seiner Endlichkeit und seiner daraus resultierenden Mangelhaftigkeit kann er vielleicht das höchste Gute nicht erkennen und es liegt nur an seiner Ignoranz, dass er nicht hinaufstrebt zu seiner eigenen Vervollkommnung, sondern es wird tatsächlich frei gewählt, welches Prinzip das Führende ist. Wir sehen hier auch eine Verbindung zu Kant. Ich werde in einer Vorlesung demnächst auch auf Kants Theorie des radikalen Bösen eingehen. Kant, der nachkritische Kant, hat er in seiner Religionsschrift dann doch wieder auch zurückgefunden. das war ein großes Vergehen für seine Bekannten wie Goethe und Schiller, konnten das nicht ganz nachvollziehen, warum Kant jetzt wieder auch vom Bösen spricht im Menschen. Das ist auch genau das wahrscheinlich, was Schelling sieht, nämlich die Verklärung des Menschen und auch eine gewisse Philanthropie, die die Verruchtheit und die Bosheit des Menschen komplett ausgeblendet hat. Wir sprechen ja hier von der Aufklärungszeit, in der vermutlich, oder was heißt vermutlich, in der unter diesem Zauber wir ja immer noch stehen und den Menschen dadurch nur noch als rein ansehen und dann kommen manchmal so Gerede über irgendwelche Schatten oder so dazu. Aber wir reden hier von Prinzipien, nicht vom psychologisierenden Schatten, sondern tatsächlich von Prinzipien, die in freier Wahl, also ein Schatten ist ja keine freie Wahl, ich habe meinen Schatten nicht gewählt, der fällt halt, weil die Sonne scheint. Aber diese Prinzipien in der Möglichkeit werden frei gewählt, beziehungsweise nicht die Prinzipien selbst, das muss jetzt genauer sein, Entschuldigung, sondern welches eben anzieht, also welches die Leitung, die Führung übernimmt, um das jetzt mal ganz lapidar auszudrücken. Nur hier, sagt Schelling, in diesem Begriff des Bösen, ich wiederhole, dass das Böse beruht auf der Verdrehung der beiden Prinzipien, hier zeigt sich das Böse selbst jetzt und hier erschützt es und es wird nicht verharmlost und wird nicht zum Passiven oder zum Mangel reduziert oder vielleicht sogar verklärt. Wenn sie nur mehr gewusst hätten, dann wäre das nicht passiert, dann hätten sie sich dazu verleiten lassen. Das ist ja das alte sokratische Verständnis des Bösen, das liegt nur an der Ignoranz, an der Unkenntnis. Der Teufel nämlich ist, und da beweist er auf das Christentum, nicht limitiert im privativen Sinne, sondern völlig illimitiert und das meint er als ein völlig befreites Wesen, das alles tun kann. Das Böse ist oft vortrefflich konzentriert und besser als das Gute in der Lage, alle seine Kräfte zu bündeln auf sein Ziel hin. Allerdings wird Schelling jetzt eingestehen müssen, dass obwohl wir hier vielleicht auch in der Ebene der Möglichkeit bleiben, sagen, dass selbst wenn dies der Fall sei, so doch die Konzentration nur, also diese Fähigkeit, alle Kräfte zu konzentrieren, auch wieder in ein Zentrum zu bringen, doch nur, wie er selbst ja sagt, in die Falschheit führt. Er geht hier in diesem Moment aber nicht mehr darauf ein. Kann dieses Streben, frage ich, in die Lüge wirklich mit dem Streben zur Vollkommenheit gleichgesetzt werden, wie Schelling hier versucht. Und deshalb müssen wir dann auch dahin gehen, wenn Schelling von der Wirklichkeit des Bösen, von der Wirkung, von der Auswirkung des Bösen spricht, was da denn dann eigentlich geschieht, gerade durch die Einbildungskraft. Nun kann es so geklungen haben, als ob für Schelling das Böse auch nur auf die leiblichen Lüste und Begierden zu reduzieren sei. Das ist aber nicht der Fall. Ich will es einmal klar sagen, vielleicht möchte ich es, vielleicht habe ich es auch vorhin, es ist mir beim Notizen machen aufgefallen, dass es vielleicht nicht klar genug war. Das Irdische, das Sinnliche, stammt zwar aus dem dunklen Realen her, ist aber nicht Grund für das Böse. Es muss eine Freiheit zum Bösen geben. Noch einmal, wenn es einfach nur das Sinnliche wäre, dass wir dann manchmal, dass der Mensch manchmal vergisst, wie er das kontrollieren kann, seine sinnlichen Lüste, an der Sünde verfällt und abfällt, das ist nicht der Fall. Es muss die Freiheit zum Bösen geben und das Böse ist, noch einmal die Verdrehung der beiden Prinzipien. Und dann natürlich, wenn die Verdrehung stattgefunden hat, in dieser freien Möglichkeit, das Resultat davon ist dann, da schickt sich dann die Herrschaft der Lüste und der Begierden an. Wer sagt das Schelling hier nicht, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es ist vielleicht doch legitim, dass nämlich die Vernunft selbst dann Böses wollen kann. Ich glaube, das können wir in Schelling gut reinlesen. Das Böse lässt sich nicht auf fehlgeleitete Sinnlichkeit reduzieren oder eben Schwäche des Fleisches. Denn die Vernunft scheint ja hier zu wählen in der Möglichkeit, welches Prinzip denn zu leiten habe. Es gibt nämlich einen zweifachen Willen, einen Mindest, also er spricht vom zweifachen Willen, aber einen zumindest zweifachen Willen. Und der Wille geht doch mit der Vernunft auch zusammen. Denn ansonsten ist er wieder nur im Realen und auch nur im Dunklen. Aber das Nur-Dunkle, das Dunkle, das sich über das Licht stellt, ist ja auch auf das Licht bezogen. Es zerstört das Licht nicht. Es bleibt ja notwendig auf das Licht bezogen. Das heißt, hier schickt sich schon auch die Vernunft an, eine kalte Ratio vielleicht, böse zu sein. Es gibt, so sagt er, Begeisterung für das Böse. Das Prinzip der Endlichkeit erklärt das Böse deshalb nicht. Nur der Mensch kann unmenschlich werden, füge ich hier hinzu. Das sagt Schelling selbst nicht. Das Tier kann nicht untierisch oder untierlich sein, gerade weil eben der Mensch die Freiheit zum Bösen besitzt und an das finstere Prinzip über das Licht erheben kann. Der Mensch ist dem Naturwillen nicht unterworfen. Zugleich aber unterwirft dieses Erstreben des finsteren Prinzips den Menschen dann doch wieder den Lüsten, jetzt kommen wir immer näher in der Wirklichkeit, allerdings frei gewählt, denn das Band der Kräfte bleibt intakt. Eine Randbemerkung, die gar nicht mal so am Rande eigentlich, die ist sehr wichtig. Das Existierende und der Grund des Existierenden fallen hier notwendig auseinander. Das ist aber ein Thema für eine andere Vorlesung, inwiefern hier Grund und Existenz auseinanderbrechen. Das Böse kann nämlich nicht von Gott herkommen. Dieser Unterscheidung, und das ist eine Creatio ex nihilo, Schelling verweist auch auf das Meon der Griechen, und da spricht er eine positive Bedeutung zu, das heißt, es ist in einer Fußnote, das heißt, hier ist eine Einheit mit dem, aus Seiendem und Nichtseiendem. Das heißt nicht, dass die gleich sind. Das ist ja eine Gegensatzphilosophie. Aber diese Einheit des Seinen und des Nichtseinen, die wird hier bei Schelling möglich. Das ist das, was er mit positiver Philosophie meint. Das Grund des Existierenden, sorry, der Grund des Existierenden und das Existierende müssen auseinanderbrechen, da ansonsten Freiheit zum Bösen unmöglich ist, und weil der Gott selbst nicht böse sein kann. Die Wirklichkeit des Bösen. Wir haben es schon gesehen, dass es schon ein bisschen so gespuckt hat, immer wieder. Die Wirklichkeit des Bösen hat sich schon vorher gezeigt, aber Schelling führt das weiter, außer die lebendige Zertrennung und Wiedervereinigung. Alles kann nur, also die Wirklichkeit des Bösen, sagen wir, vereinfacht, sobald die Möglichkeit, beziehungsweise diese freie Wahl der Prinzipienkonstellation geschehen ist, dann wirkt sich auch das Böse in der Welt aus. Und das Böse ist aber auch im wirklichen Sinne notwendig, da sich nur hier dann die lebendige Zertrennung und Wiedervereinigung überhaupt vollziehen kann. Also es gibt keine Lebendigkeit ohne das Böse. Alles kann nur, Zitat Schelling, in seinem Gegenteil offenbar werden. Liebe in Hass, Einheit in Streit. Also ohne Böses kein Gutes und ohne Böses keine Offenbarung Gottes. So muss das Böse wirklich werden. Also das ist sozusagen der innere Zwang, dass das Böse dann aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit eintritt, wenn das Gute sich offenbaren soll. Gutes aus Bösem. Ganz einfach gesprochen. Das finstere Prinzip ist für sich nicht böse. Die Einheit beider Prinzipien und die Unterwerfung wiederum des Finsteren unter das Lichtprinzip zu wahren, lässt das Gute anführen und das Gute entstehen. Licht braucht das Dunkle. Aber noch einmal, das geht, er sagt ja noch radikaler, das Böse muss sich auch zeigen, damit sich überhaupt das Gute daraus entsteht. Wenn aber Zwietracht herrscht, tritt der umgekehrte Gott, der Satan, an die Macht. Der bleibt aber genauso. Also er spricht vom umgekehrten Gott, den Satan, dann habe ich ihn hinzugefügt, aber der bleibt notwendig. Die Imaginatio, und hier sagt er nun was sehr Spannendes, die Imaginatio bildet sich ein. Und das ist dann in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit der Freiheit zum Bösen ist auf einmal dann auch die Gefahr da, dass der Mensch sich in die absolute Sinnlosigkeit verirrt. Also derjenige, der das Böse wählt und frei dazu ist, vielleicht auch die größte Konzentration hat, dieses Böse zu bewirken, verliert sich aber gleichzeitig, weil nämlich hier kein Denken mehr vorherscht, sondern nur noch eine Imaginatio, eine Einbildung und Vorstellung, verliert sich in das Nichtseinde, in eine, Zitat, in spiegelhafte Vorstellungen. Er hat dann auch hier das Beispiel, der Schlange, nämlich die Schlange benutzt er das Licht fälschlich, wie er sagt, um fälschliche Farben wieder zu spiegeln, die so nicht auf der Haut der Schlange zu finden sind. Das ist natürlich bezeichnend, dass er sich hier auf die Schlange dann bezieht. Also während das Böse zwar eine unglaubliche Konzentrationskraft hat, ist es dennoch nicht mehr offen für das wahre Denken, sondern verheddert sich in spiegelhaften Vorstellungen und in der Einbildungskraft und versucht nicht Seindes in Seindes so zu verwandeln. Es ist also so in der Lüge dann verhaftet, dass es die ganze Zeit versucht, irgendwas, was nicht ist, in Seindes zu verwandeln. Der Mensch fällt so in die Sinnlosigkeit. Hier nun, da wir es mit der Wirklichkeit des Bösen zu tun haben, nicht nur mit der Möglichkeit, zeigt sich Verfall und Verlust des Menschen, der das Böse will. Eine falsche Einbildung führt den Verstand ins Nichtseinde, in sinnlose Doppelreflexionen und so verliert sich die Freiheit, die allerdings zuvor in der Möglichkeit gegeben war. Eben weil es jetzt um die Wirklichkeit, die Auswirkungen des Bösen geht. Hier kann die Freiheit in ihrem wirklichen Gehalt verlustig gehen. Versuch es noch einmal vielleicht schärfer zu sagen, wenn ich es schaffe. Warum denn die Imaginatio hier auf einmal die Vorderhand gewinnt? Ich glaube, das liegt daran, dass das Licht des Denkens, dass die Dunkelheit, die anführt, selbst nur mit Bildfetzen operieren kann, mit Vorstellungen. Denn was das Denken benötigt, ist Helligkeit, umgeben vielleicht von Dunkelheit, aber schon auch in der Dunkelheit fügt sich ja nichts von selbst. In einer totalen Dunkelheit, der nur ein Schimmerlicht ist, da kann sich schlecht vielleicht kann sich das Denken nicht fügen, kommt nichts zusammen. Imaginatio springt dann ein und generiert wüste Bilder, Vorstellungen über die Zukunft zum Beispiel, ganz apokalyptische Szenarien, die mit einer absoluten Gewissheit, die kann man alle mathematisch nachweisen. Man sieht ja, diese Konzentration, die ist ja da. Wenn das Böses will, dann kann sich sonst was ausmalen und die ganze Welt in die absolute Wirrnis treiben, mit seinen rationalen Berechnungen über das unmittelbar bevorstehende, apokalyptische, total ausrottende Ende der Welt. Das geschieht ja relativ häufig in letzter Zeit. Das ist aber genau deswegen, weil das Denken ja in einem freien Verfügen und sich Verfügen der Welt, des Selbst, des Als, des Vielen, etwas nicht aus Nichts vielleicht entstehen lassen kann, aber sehen lassen kann. Und dieses Sehen lassen, das fehlt dann. Und in dieser Schattenwelt, nicht verwechseln mit den Jungschen Schatten, sondern in dieser Höhle, in den Schattenfetzen, wird nur noch operiert mit Bildern. Das können natürlich auch Computermodelle sein und so weiter. Aber die Imaginatio verfängt sich in spiegelhaften Vorstellungen. Und damit ist ja auch schon die Reflexion angesprochen von Schelling, die innere Reflexion des Simulacrum. Also das Simulacrum hat tatsächlich diabolische, ein diabolisches, satanisches Wesen. Damit würde ich Sie jetzt hier entlassen. Das war jetzt ein Einblick zu Schellings Bösen. Da kann man natürlich noch viel mehr sagen. Das ist ein Pantheismus etc. Das wird dann alles irgendwann noch einmal behandelt werden. Wenn Sie Interesse haben, den Deutschen in der Listung mit mir zu studieren, gibt es einen Kurs. Da finden Sie mehr dazu in der Beschreibung des Videos. Das ist bislang alles auf Englisch. Das kann sich aber natürlich ändern, je nachdem, wann Sie dieses Video anschauen. Vielleicht in ein paar Jahren ist es auch schon auf Deutsch. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie meine Arbeit unterstützen können. Da finden Sie auch mehrere Links dazu unten in der Beschreibung des Videos. Herzlichen Dank!